Manche Skeptiker versuchen uns Christen in unserer Argumentation einen logischen Fehlschluss oder einen Zirkelschluss zu unterstellen, wenn wir zum Beispiel herausstellen, dass Mormonen oder Zeugen Jehovas keine richtigen Christen seien oder aber, dass ein wahrer Christ niemals Gewalt befürworten soll und dass Menschen, die im Namen des Christentums Verbrechen begehen, wie zum Beispiel, wenn ein Priester ein Kind vergewaltigt, dass das niemals ein Christ sein kann. Jetzt werden manche Leute sagen, naja, das ist eine No-True-Scotsman-Fallacy, also eine kein-wahrer-schotte Argumentation und dieser von Anthony Flew eingeführte Begriff bezeichnet die folgende Argumentationsstruktur. Man stelle sich zwischen Person A und Person B folgende Konversation vor. Person A sagt zu Person B, kein Schotte streut Zucker auf seinen Haferbrei. Person B antwortet dann auf diese Behauptung, aber mein Onkel Angus isst Schotte und er streut Zucker auf seinen Haferbrei. Und dann antwortet Person A, kein wahrer Schotte streut Zucker auf seinen Haferbrei. Das bedeutet, dass Person A die Aussage der Person B widerlegt, indem das Schotte-Sein des Onkels Angus von Person A abgesprochen wird, weil Person A definiert einen Schotten danach, ob er Zucker auf seinen Haferbrei streut oder nicht. Dabei profitiert er davon, dass er vorher nicht genau eingegrenzt hat, was er mit einer gewissen Begrifflichkeit eigentlich meint. Wenn ich also einen Begriff einführe und sage, dass etwas für einen Begriff untypisch ist und ich dann diesen Begriff, nachdem eine Person versucht, meine Definition des Begriffes zu widerlegen, neu definiere, um dann dies wiederum zu umgehen oder etwas anderes zu implizieren, dann begehe ich eine No-True-Scotsman-Fallacy. Doch uns fällt bereits auf, was das Problem bei dieser Argumentation ist. Denn ein Schotte definiert sich nach der Nationalität, also nach der Zugehörigkeit und dem Verankertsein in kulturellen Riten, Traditionen und Bräuchen. Wenn ich also einen schottischen Pass besitze und in Schottland geboren bin und auch regelmäßig die Traditionen des schottischen Daseins, wie zum Beispiel Schottenröcke oder Dudelsäcke, wenn ich mit diesen vertraut bin und teilweise schon mit diesen zu tun gehabt habe, dann kann man mich als Schotten bezeichnen. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich von der Nationalität her keine Schotte. Und dann bin ich auch kein wahrer Schotte, weil ich kein Schotte bin. Doch die Definition des Begriffs Schotten wird hier auf eine gewisse Sache gelenkt, die halt mit Schottensein überhaupt nichts zu tun hat. Das bedeutet, wenn ich in Schottland geboren bin, schottische Vorfahren habe und den schottischen Pass besitze, dann bin ich Schotte, unabhängig davon, was ich zu mir nehme und was nicht. Ein Italiener, der keine Pizza mag, davon kann doch auch nicht die Rede sein, dass er kein wahrer Italiener ist, nur weil Italien für Pizza bekannt ist. Oder wenn ein Engländer Pizza isst, dann isst er auch automatisch nicht ein Italiener, nur weil er Pizza isst. Das bedeutet, das Problem hierbei ist, dass man einen Begriff nach etwas definiert, das mit der eigentlichen Begrifflichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Wenn ich also sage, naja, ein gewisser Mensch darf etwas Gewisses nicht tun, da er ansonsten nicht dieser Mensch ist, für den er sich hält, das ist halt eine fehlerhafte Behauptung. Was aber ist nun der Unterschied zum Christentum? Nun, ein Christ definiert sich danach, dass er dem folgt, was in der Bibel geschrieben steht, was die Apostel gelehrt haben und was in der Kirche immer umstritten war. Und die frühe Kirche, die ja von Apostelschülern noch geleitet worden ist, die war sich eben einig, dass das, was die Apostel lehrten, das inspirierte Wort Gottes ist. Dazu gehören eben, dass Jesus Gott ist, dass er der Messias ist, der im Alten Testament versprochen wird, dass er durch eine Jungfrau geboren wurde, durch die Empfängnis des Heiligen Geistes, dass Jesus Christus die zweite Person der Trinität ist, dass Gott also ein Dreieiner Gott ist, also ein Gott, der sich in drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist offenbart, dass Jesus ein jüdischer Wanderprediger war, der Wundertat und das Nahe Reich Gottes verkündet und dass er am dritten Tag nach seiner Kreuzigung, die er erlitten hat, um für unsere Sünden zu sterben und um uns von unserer Sünde zu erlösen, dass er dann nach drei Tagen auferstanden ist. Wenn ich solche zentralen Dogmen des Christentums, die in der Kirche unumstritten waren, ablehne, dann bin ich auch kein Christ. Das bedeutet, wenn ich die zentrale Position des Christentums, nämlich die Auferstehung Jesu Christi, die Paulus als Grundfundament des Christentums definiert, wenn ich die ablehne und sage, naja, eigentlich glaube ich ja gar nicht daran, dass das Grab leer war oder dass Jesus von Nazareth auferstanden ist, dann kann ich mich nicht als einen Christen bezeichnen. Das ist dann einfach jemand, der vielleicht Jesus ganz sympathisch findet, der mit gewissen Lehren Jesu übereinstimmt, aber er ist eben kein Christ, denn ein überzeugter Christ ist nach der Definition des Begriffes Christ der ersten Christen selbst und der Menschen, die das Christentum predigten und des Menschen, der das Christentum überhaupt erst begründete, nämlich des Juden Jesus von Nazareth, eben kein Christ, denn ein Christ glaubt an die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Das ist Urgrund des christlichen Glaubens und das war es in der Urgemeinde schon immer, denn der Apostel Paulus argumentiert ja gerade damit, dass wenn Jesus nicht auferstanden sei, wir zwar Jesus für einen ganz netten Menschen halten können und gewisse Ideen auch inspirieren sein können, dass das Christsein dann allerdings überhaupt keinen Sinn macht. Das bedeutet, das Christsein gründet sich auf die Gottheit Jesu und gründet sich darauf, darauf, dass Jesus auferstanden ist. Eine weitere zentrale Lehre der frühen Kirche und eine weitere zentrale Lehre der Bibel ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist alle Gott sind, dass sie aber voneinander getrennte Personen sind. Wenn jetzt dieses unumstrittene Dogma von den Zeugen Jehovas infrage gestellt wird, dann leugnen die Zeugen Jehovas eine zentrale biblische Aussage, eine zentrale Selbstaussage des biblisch-christlichen Gottes. Und dann kann man sie nicht als Anhänger des biblisch-christlichen Gottes sehen. Genauso wie man ihre neue Weltübersetzung nicht als die Bibel bezeichnen kann, weil die neue Weltübersetzung zahlreiche Dinge enthält, die schlicht und ergreifend nicht dem entsprechen, was das frühe Christentum ausgemacht hat, was die Bibel ausmacht. Genauso wenig wie Martin Luther, der die Deutero-Kanonica des Alten Testaments, aber eben auch die Offenbarung des Johannes und den Hebräerbrief verbannen wollte. Auch der kann halt dann eben nicht als getreuer wirklicher Christ bezeichnet werden, in der strengen Definition danach, was die biblisch-christliche Theologie lehrt und was sie ausmacht. Denn wenn ich als Christ anfange, gewisse Bücher der Bibel abzulehnen, dann bin ich eben kein Christ, weil ich damit die Glaubensgrundlage des christlichen Glaubens, nämlich die Bibel, die den christlichen Glauben aufzeichnet, die Offenbarung Gottes, des biblisch-christlichen Gottes aufzeichnet und enthält und darstellt und ist, dass ich die dann ablehne. Das ist genauso, wenn ich sagen würde, na gut, bin zwar Christ, glaube aber nicht an Jesus. Das ist so, als würde ich sagen, ich bin Busfahrer, habe aber keinen Führerschein, weil ich kein Fahrzeug steuern kann. Diese Aussage macht einfach keinen Sinn. Und genauso kann man natürlich ablehnen, dass zahlreiche Priester in Missbrauchsskandale verwickelt sind. Und ich habe das volle Recht zu sagen, dass sie keine wirklichen Christen sind. Warum? Weil es kein zentrales Dogma und weil es sogar verwerflich ist, Kinder zu missbrauchen. Das wird in der Bibel ganz klar gesagt. Jesus selbst sagte, dass man Kindern keinen Schaden zufügen könne, sondern dass wir alle so werden sollen wie die Kinder. Damit meint er nicht, dass wir kindisch und infantil werden sollen, sondern dass wir so unschuldig sein sollen wie Kinder. Das bedeutet, wenn jemand Kinder anfasst, dann hat er mit dem Christentum nichts zu tun. Angenommen, jemand stellt sich in eine Stadt und verkündet den auferstandenen Christus. Dann ist das gut. Fängt er aber an, Menschen, die nicht glauben, nicht mit Worten, sondern mit physischer Gewalt zu versuchen zu überzeugen, handelt er dem entgegen, was Jesus selbst sagte. Als Petrus dem Malchus das Ohr abhieb, sagte Jesus nicht, ja jetzt gib es ihm richtig, sondern steck dein Schwert in die Scheide, denn wer zum Schwert greift, der soll durch das Schwert umkommen. Das bedeutet, jeder, der Gewalt im Namen des Christentums legitimiert, ist kein Christ. Ganz einfach. Eine Ausnahme bildet selbstverständlich, wenn jemand trotz aller Verhandlungen keinen Erfolg erzielt und dennoch von einem Aggressor unterdrückt wird, dann darf er sich selbstverständlich wehren. Diese Wehr ist allerdings eine Notmaßnahme und dient dem eigenen Schutz und dem Schutz der anderen. Es stellt keinen rücksichtslosen und erbarmungslosen Angriff dar. So sagt Jesus ja zum Beispiel auch zu Pontius Pilatus, ja gut, ich und meine ganzen Leute, wir kämpfen nicht. Siehst du irgendjemanden von meinen Leuten kämpfen? Nein. Wir würden das tun, wenn unser Reich von dieser Welt wäre. Doch weil das Reich Gottes, weil Jesus, weil die Apostel nicht von dieser Welt, weil diese Botschaft nicht von dieser Welt, nämlich von Gottes Welt ist, deshalb kämpfen sie nicht. Das bedeutet, dass Jesus Christus und die Apostel ganz klar sagen, dass das, was das Christentum ausmacht, die Liebe Gottes ist und keine Gewalt. Das bedeutet, sobald jemand anfängt, das Christentum mit Gewalt zu verbreiten, ist er disqualifiziert. Dann geht er nicht den Weg Christi. Und das darf man sagen, weil das die Selbstdefinition Christi und weil das die Definition von Christi Evangelium durch Christus selbst ist. Das bedeutet, der Unterschied zwischen der No-True-Scotsman-Fallacy und uns Christen ist der, während Leute, die eine No-True-Scotsman-Fallacy begehen, Leuten irgendeine Identität abspricht, aufgrund irgendwelcher fadenscheiniger Gründe, die mit der eigenen Identität überhaupt nichts zu tun hat, sagen wir Christen, wir haben einen Maßstab, den wir an anderen und an uns selbst anlegen. Folgen wir denn den Lehren der Bibel, der Grundlage unseres Glaubens? Tun wir dies nicht, dann sind wir keine Christen. Tun wir dies, so gehen wir den Weg Gottes. So einfach ist das. Und es ist ein Unterschied, ob ich einem Italiener, der keine Pizza mag, der aber trotzdem den italienischen Pass hat und eine Geschichte in Italien, weil er in Italien aufgewachsen ist und italienische Vorfahren hat, da ist es ein Unterschied, ob ich dann sage, naja, magst du keine Pizza, bist also kein Italiener? Denn das hat damit einfach nichts zu tun. Wenn ich aber hergehe und sage, ja gut, jemand kann doch genauso gut Christ sein, wenn er nicht an Jesus glaubt, wenn er nicht an die Auferstehung glaubt, wenn er nicht an Gott glaubt oder wenn er nicht an die Trinität glaubt, wenn er gewisse Dinge in der Bibel ablehnt oder wenn er gar nicht an die Bibel glaubt, das macht halt einfach keinen Sinn. Das ist genauso, als würde ein Metzgermeister sagen, ja gut, ich bin zwar begnadeter und passionierter Metzgermeister, aber ich bin Veganer und deshalb kommt mir kein Fleisch ins Haus. Macht 0,0 Sinn. Das bedeutet, es muss immer auf den Maßstab ankommen, auf dem ich eine gewisse, den ich quasi auf gewisse Dinge anlege. Und da kann ich dann eben nicht mit der No-Truth-Scotsman-Fallacy kommen, wenn ich ein festes Fundament habe, auf Basis dessen ich beurteile, was christlich ist und was nicht. Wenn Paulus in Galatia 3,28 schreibt, dass alle Menschen eins in Christus sind und dann kommt jemand und sagt, naja, in Christus sind gewisse Menschen bevorzugt und manche sind benachteiligt und Menschen zweiter Klasse, dann ist das nicht das Evangelium. Ganz einfach. Oder wenn der Apostel Paulus schreibt, dass die Auferstehung die zentrale Botschaft des Christentums ist und in 1. Korinther 15 für die Realität der Auferstehung argumentiert und wenn Jesus von Nazareth in den neutestamentlichen Evangelien dreimal seine Auferstehung ankündigt und dies als Zentrum seines Wirkens ausmacht und jetzt kommt jemand und sagt, ja, ich bin Christ, aber ich glaube ja nicht an die Auferstehung Jesu Christi. Ja, dann ist er auch kein Christ. Ganz einfach. Dann ist er kein Christ. Denn die Definition des Begriffes Christ ist von Anfang an gegeben. Ein Mensch, der sich zu den grundlegenden Traditionen der Apostel und der Bibel bekennt. Und dazu gehört die Auferstehung Jesu Christi. Das bedeutet, im Begriff Christ ist von Anfang an der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi enthalten. Und somit kann man durchaus definieren, wer Christ ist und wer nicht. Anhand des Glaubens an die Auferstehung und anhand zentraler biblischer Lehren und Passagen. Allerdings kann ich nicht sagen, naja, ein Schotte, der von Anfang an in seiner Nationalität verwurzelt ist, sowohl rechtlich als auch kulturell, aber sei aber keinen Zucker auf seinen Haferbrei streut, dass der kein Schotte ist. Ich kann ihm sein Schotte sein aufgrund dieser trivialen Sache nicht absprechen, da diese Sache nichts mit der eigentlichen schottischen Identität der Person zu tun hat. Ich denke, es ist ziemlich klar, was ich in meiner langen Rede mit einem eigentlich kurzen Sinn vermitteln möchte. Dass Christen keine No-True-Scotsman-Fälle sie begehen, wenn sie analysieren, was eine Person glaubt. Denn sie analysieren dies auf Basis des Wortes Gottes, der Grundlage des christlichen Glaubens, nämlich der Bibel. Und sie analysieren dies auf Basis dessen, was die Apostelschüler, was nicht nur die Apostel, sondern auch die Apostelschüler in der frühen Kirche lehrten, wo wir eben Schriften haben. Und deswegen ist es halt einfach glasklar, was ein Christ ist, was ein Christ glaubt und was die Kirche immer glaubte und was nicht. Das bedeutet, wenn die Kirche etwas als Heresie ablehnt, wie zum Beispiel das Judas-Evangelium, eine Fake-Evangelium, ein Pseudo-Evangelium aus der Mitte des 2. Jahrhunderts, dann kann kein Christ kommen und sagen, naja, glaub schon an das, was im Judas-Evangelium steht. Dann ist er kein Christ. Und deswegen ist das auch keine No-True-Scotsman-Fälle sie, sondern eine klare Aussage zu einem klar definierten Begriff. Christ ist, wer Christus nachfolgt, in allen Belangen. Denn andere Menschen, die kennt Christus nicht.